hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest erinnerungswürdige eindrücke anzunehmen bei anduin rin auf der verhörten küste an dieser position ist die vorgequest von eine persönliche nachwicht die man ja in sw angenommen hat und in sw abgegeben hat vorgequest davon ist eben dieser hier nehmen nun die quest an darf dann anduin nochmal mit der rechten maustaste anklicken und hier die sprechblase ich bin bereit mit der linken maustaste anklicken nun marschiert er los er steigt gleich auch auf sein mount und dann ist ein bisschen schneller nun habe ich das portal erreicht weltquest interessiert mich nicht er bestand darauf dass ich zurückbleibe weil immer ein brinn im sturmwind herrschen müsse aber in seinen augen sah ich die wahrheit deine angst mich zu verlieren nach dem tod meiner mutter war ich das einzige was ihm von mir blieb ich bin jetzt ein bisschen in die luft gestiegen damit der mob zurückgesetzt darf dann hier hinunterlaufen und hier wartet der anduin auf mich quest ist abzugeben bei anduin win auf der verhörten küste an dieser position hier sieht man auch die koordinaten hoff ich konnte euch helfen ciao